Unglaublich. Eklat im Bundestag. Tino Chrupalla von der AfD hat kürzlich im Bundestag eine Rede gehalten, die vor allem die Datenschutz-Grundverordnung und deren Auswirkungen scharf kritisierte. Er warf den Regierungsparteien vor, durch drakonische Strafen und bürokratische Hürden insbesondere kleine Unternehmen, Selbstständige und Geringverdiener massiv zu belasten. Die Grünen wurden dabei besonders angegriffen, wobei er sich über die ironische Bezeichnung der Partei als grün lustig machte, da ihre Politik seiner Meinung nach längst nichts mehr mit dem Schutz der Natur zu tun habe. Doch dazu gleich mehr. Die Rede griff auch die Verantwortung der CDU, SPD, FDP und Linken auf, die allesamt die Verodenung in Brüssel mitverabschiedet haben. Chrupalla kritisierte scharf, dass die Umsetzung der Verordnung so undurchsichtig sei, dass selbst Experten keine klaren Antworten auf rechtliche Fragen geben könnten. Er führte Beispiele von Handwerkern und Kleinunternehmern an, die tausende Euro für Anpassungen und Rechtsberatung ausgeben müssten, nur um ihre Websites DSGVO-konform zu gestalten. In seiner Rede griff Chrupalla auch die Grünen frontal an, insbesondere Jan Philipp Albrecht, der die DSGVO auf EU-Ebene maßgeblich mitgestaltet hat. Er bezeichnete die Regelung als einen weiteren Angriff auf die Meinungsfreiheit und eine Belastung für die deutsche Wirtschaft. Dabei brachte er seine Verärgerung über die zunehmende Bürokratisierung in Deutschland zum Ausdruck und warf den Altparteien vor, die Bevölkerung mit immer neuen Regelungen und Strafen zu terrorisieren. Ebenso bekam wie so oft auch Baerbock ihr Fett weg, wobei Chrupalla den gesamten Saal zum Lachen brachte. Während der Rede erntete Chrupalla sowohl Gelächter als auch kritische Zwischenrufe, besonders von den Grünen. Doch er blieb bei seiner Forderung, die Rechte auf Meinungs- und Informationsfreiheit mit dem Datenschutz in Einklang zu bringen und eine vernünftige, praxisnahe Lösung zu finden. Er schloss mit der Aussage, dass Deutschland endlich wieder zu einem Land werden müsse, in dem man gut und gerne leben könne, und forderte die Regierung auf, die ideologische Politik zu beenden. Die Debatte zeigt, wie polarisiert das Thema Datenschutz und Bürokratie ist. Während die Grünen und andere Regierungsparteien die DSGVO als Erfolg für den Schutz der Bürgerrechte feiern, sieht die AfD darin eine Bedrohung für die Wirtschaft und die persönliche Freiheit.